Hallihallo, ja, im Moment gibt es weniger Videos bis gar keine. Kann sein, dass sich das demnächst jetzt ganz rapide ändern wird, aber ich habe Freitag etwas erfahren, was ich immer noch verdauen muss, wo es mir immer noch richtig dreckig mitgeht. Und nein, es betrifft nicht meine Partnerin, sondern es betrifft einen anderen Bereich meines Lebens und dementsprechend, wie gesagt, momentan, ja. Keine Videos oder nicht mehr so viele Videos oder wie auch immer. Und vielleicht ändert sich das ab nächster Woche auch rapide, man weiß es nicht. Das werde ich dann spontan entscheiden, vielleicht lenkt es mich ja auch ein bisschen ab. Mal schauen. Ich danke für euer Verständnis und sage Tschüss Kids erstmal und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu als Abonnenten.